Ehre Leute, wir sind euch die Vinidus-Burm, Dieter Tau und der Glaser. Wir haben euch was zu sagen. Sie sind recht herzlich eingeladen am 7. April zu Zerleg im Fazer Teil 2 im Stadtsaal Neufeld. Seine Gegner, Spike, SRF, werden versuchen ihn zu zerlegen. Ja, wir haben wieder 3 Shoutouts. Der erste ist vom Illusion. Der zweite ist vom Fick-Rick. Der dritte ist vom Vieh. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Shoutouts. Am Event zeigen wir sie dann. Ich werde das ganze moderieren mit Machete und er wird im Hintergrund tätig sein. Ja, wir sehen sie dort. Viel Spaß mit den Shoutouts. Passt, haut rein und wir sehen sie dort. Grüß euch. Wir sind jetzt direkt aus dem Stiege, 44 Kellern, Börgl, Seiko, alle sind da. Wir haben uns alle nur getroffen, um euch eins mitzuteilen. Am 7. April, Divinitus TV, die hundertste Sendung, Zleggen Fazer 2. Mit Publikum, also checkt es hin, schaut euch das direkt live an. Ihr werdet uns dort mit viel Glück finden. Und mehr bleibt uns nicht zu sagen, Alter. Jetzt sehen wir den Fazer noch ein Ständchen zur hundertsten Divinitus TV Sendung. Hundert Jahre Divinitus TV Sendung. Hundert Jahre Divinitus TV Sendung. Jawohl, weiter so Bursche. Weiter so, nur für den Fazer eh jetzt, Alter. Nur für alle Fazer. Hundert Jahre Divinitus TV Sendung. Hundert Jahre Divinitus TV Sendung. HoH-O-O-O-O. Aber irgendwie war es schon, dass wir noch ein bisschen abhängig von der Baustin. Hundert Jahre Divinitus TV Sendung. Die Winitus TV macht die 100. Sendung am 7. April. Ich hoffe, ihr seid alle dort und ihr seht euch rein, wie es in Fatsa ein Ausstretten oder wie irgendwen ein Ausstret. Ich bin vielleicht auch dort und im Sinne herzliche Gratulation ans Die Winitus TV Team. Macht's weiter so und heute hat's den österreichischen Hip-Hop oben. Yeah! Servus, ich bin der Fi, ich bin Beatboxer und ich freu mich, 7. April, die 100. Sendung von Die Winitus TV. So schaut's aus und ich liebe dich, Fatsa.